heute mal nicht in 4k sondern in 1080p aber mit 60 fps einfach mal ausprobieren wie der stadionvlog so wirkt ja wie ich schon sag ich gehe wieder ins stadion und heute fahre ich mal mit dem zug dahin keine lust mit dem auto hinzufahren ich laufe gerade zum bahnhof hier gesandten ja und dann geht es ab nach dortmund wir haben 67 uhr 46 spiel ist um 15 30 bin ein bisschen zu früh ja bin in dortmund angekommen hat mir gerade ein döner gesnackt da hinten beim russendöner aber gut ja jetzt gehe ich zum hauptbahnhof zurück und fahre mit dem zug zum stadion geile kulisse zum biertrinken ja ich sitze im stadion schönsten stadion der welt dem westfalen stadion in dortmund und ich habe wieder nice plätze ja aber jetzt kommt das viel coolere die süd hat eine choreo vorbereitet ich bin jetzt zwar zweieinhalb stunden voran für vier aber ich schwöre die choreo wird geil ich habe vorhin einfach den stadionsprecher vom bvb getroffen norbert dickel voll geil ja ich ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020